Was ist eigentlich, wenn ich die aufhebe? Wären die uns dann immer noch angezeigt? Nein. Soll ich die ganzen Sammelquesten rausschmeißen? Ja. Dann werden die uns auch nicht mehr angezeigt. Und ich werfe die jetzt hier ins Wasser. Und tschüss. Da haben die Leute sich so viel Mühe gegeben, die Sachen zu vergraben. Und wir schmeißen sie ins Wasser. Ich habe hier einige Sachen, die mich mit mir aufheben. Ich habe eigentlich genug noch normale Questen. Was haben wir denn so? Wenn wir eh irgendwo hin gehen. Wo wollen wir das Schiff allein lassen? Könnte einfach nicht zerstört werden, das ganze Schiff. Dann lasst uns zumindest eine edle Kiste voll machen mit scheiß Feuerwerk. Dann machen wir wenigstens die Pillow-Sachen und nicht die fetten. Da ist die kleine ... ... ... ... das ist muss ich nicht weg aber können wir nicht weg machen Goldensens großen Pfosten Sachen zum mitnehmen auch nicht die Discovery Rittke Was ist hier? Blime Welling Bugsolo Irgendwas abholen? Ne, danke Eine Kiste ancient Spire Holz Die saven Da kommen wir aber nicht mehr hin Die saven Skelette bashen Znacke Island Znacke Island Und Schicken Ich kann nichts mehr markieren Na dann werde ich mal hier hinten Das was wir gar nicht brauchen Das werde ich hier Schicken Schicken Isle Gut, also alles was ich markiert hatte ist jetzt drauf Snake haben wir noch Schicken Isle Schatzkammer Am Plunder Valley Discovery Ridge Hier oben noch Crescent Isle Und überhaupt hier K Hier ganz oben rechts in der Ecke noch Schreien des Hungerns Geht eigentlich auch sehr sehr schnell die Schreien Weil wir müssen halt wirklich nur Rätsel machen Und am Ende drei Haie töten In einem Raum Mehr ist das nicht Ähm Dann wäre noch hier hinten ganz rechts in der Ecke Rubys voll Und dann noch Devil Switch Und C Mal anders には Zuoweins Geht Dahin 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 Und Abgeben Dann Sagen Gleich noch schnell da und da und dann Abgeben Alles Die ganz hinten rechts in der Ecke Und den ganz hinten rechts in der Ecke Den Purple Was wir sagen Das wir sagen Wir machen nur noch eine Fahrt hier hoch Zack, Zack, Zack Zack Rasen alles ab Hier noch die beiden Sachen und dann abgeben. Na gut. Dann lass ich den nach Norden. Ich glaube nicht, aber ich würd mal kurz nehmen. Können wir nach Norden drehen. Ich weiß nicht, ob die Mission schon immer weg ist. Weiß nicht, ob die Mission schon immer weg ist. Ich hab was für dich. Dieses Bombenfass ist weniger wert gewesen. Einmal sollten wir hier einen Schießpulverfass abgeben. Oder der Timer abgelaufen damit. Ist der Timer abgelaufen? Das Feuer. Wenn ich zwei krieg, nehme ich noch Holz. Mehr ist nicht mehr. Oh. Mucos of Klo. Jajaj. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich komme zu Westen und halte die Schaufel bereit. Westen ist in dieser Richtung. So, da ist eine Flagge, ein Bildchen von Feuer. Ja, das klappt nicht. Jetzt, danke schön. Hier ist... Oh, Snake Island ist einfach fertig. Wow, hat sich er voll gelohnt. Für eine Schatulle. Was ist da hinten, Leute? Und ich werde es ja... Ich muss da in der Nimmel sehen. Was haltet ihr? Ihr hattet gerade noch so ein Glück gehabt, Alter. Voll auf der Dämmel sind nicht. Wir müssen nach Westen und dann zu Chi-Kaiel. Das Chi-Kaiel hatte... Ich glaube, ich habe zwei Skelette-Päschchen. Ja, zwei Skelette-Päschchen. Dasselbe? Aus면, das ist ja... ... und dann noch so ein Glück gehabt. Okay, okay. jetzt sind wir sehr relativ wenig spieler b Ich vergesse dich rief. Wir sind hier Pflanzen. Pflanzen-Skelete. Was wohnt ihr? Aua. Ich krieg gar nicht rum. Kombo des Todes ab. Ui, krieg ich richtig rum. Kombo des Todes ab. Essen, 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 essen. Kein Essen. Ah. Wie wir jetzt scheiß Geister sind, die mich jetzt angreifen. Die ist nicht zu essen drin in diesen scheißen Fässern ey. Hier hat sich ein unserer 96 Corbus Nesse ey. Erlweig Alle. Die líne war eine W gemeinsam in der Schlepas. Die schlägt... Hebel schlägt! No. es gibt jetzt ein richtiges dass die geister hier draus bauen ist ja absolut behindert und nervig meisterliche goldskelettbomber hast du auch geschlagen ja ich habe es nämlich nicht erhalten er ist schon wieder tot der dude der fk ich sehe jetzt die jungen gerade oder der dude der winkt nicht zurück das das ist voll gemein wir haben noch sprengwasser oben oder so hast du recht wenn die scheissgeister werden die ganze Zeit angreifen die 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 und Ich hab den Arsch geballert, ja? Ja, das ist die Schade Blinkt er denn die ganze Zeit? Oh! Ist er Gold? Hier ist Gold Wo kommst du her? Ja Das ist gut Ne, Munition, Munition Munition Das ist gut Das ist ja easy Pei Oh, da ist der nächste Käpt'n Der wird gerade Was ist denn hier los mit euch? Also Leute, entweder ihr kämpft oder ihr haltet euch da eure Schwerter hin Um einen Größenvergleich zu machen Weißt du, da ist ein Geist und der Käpt'n hier Blocken nur die ganze Zeit So, guck mal hier, mein Schwerter ist so lang Meins ist aber so lang Ich habe einen Schäde Hat Chicken Eye uns direkt in die nächste Grabe festgebracht? Ja Eine Hier Dann hier Ja Oh Geist! Geist! Aua Ich fühle mich voll, dass ihr hier Und Also wie oft ein Geister spawnen ist schon absolut Nervig Ich sag mich nicht, weil Weihnachten ist Wegen Geist der ewigen Weihnachten Irgendwie Wir fahren jetzt nach Nordwesten Wir fahren jetzt nach Nordwesten Einmal rund Ich sehe hier rum Das geht, das geht im Wasser Komm, steh dir Alter Alter Die haben mich von 100% Leben auf 2% Leben geschossen Gleichzeitig Das schaffst du schon Du steckst tot Ich weiß, das schaffst du schon Ich verkneife die ganze Zeit Irgendwas zum Naschen gerade Boah Boah Einmal Pommes bitte Ja Einmal Pommes 1 Euro Das Ja keine Pommes Boah Diese Diese Marshmallows hier Schmecken voll nicht nach Pommes Das sind keine Pommes Das ist mein Arm Das ist mein Arm Holy Shit Schroog Doster Auch Das ist nur Drei Drei Fälle Fälle Und Drei als tarnung das wird grüne licht das ist ja ein komisches gelätschiff das drauf schießen du gehst schon runter boah ist ja frech ich muss jetzt mal die Taschenlärm machen, ich hab noch so viel Stoff in der Tabelle ja, ich würde sagen Schatzkommal, der Lost Ancient Der Zauber bei uns war ein Great Barrier Rift, so ähnlich. Wo ist denn der Eingang hier? Hier? Ich habe es gefunden, wir haben vorbeigeschwommen. Hast du das auch unten? Na ja, gut. Naja, hier ist ein Stab, den nehme ich schon mal mit. Wenn der mich lässt, hier vorne ist auch noch ein Stab nach rechts. Und hier vorne auch noch, vorher die Licht. Und bei dir da auch noch. Ich schieße mir gegen. Ach, guck mal da links. Vorher die kaputtete Flüge. Hier ist ein Fass, pass auf. Das ist ja unfassbar. Dicker schön. Jetzt schon. Nee. Jetzt soll mich von hier errichtet. Also die Zirin. Also die Zirin. Wo sind die denn? Ich kann mich nicht so schnell drehen. Mit den drei Zeichen dahinten. Komm gar nicht, Alter. Warte. Okay. Jetzt bist du. Oder dir. Oder dir. Ja. Ja. Okay, danke. Jetzt kann ich endlich schießen. Nix. Ausgang. Ja. 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 Ich muss meine Brausen picken. Nein. Er hat sie mir gescheucht. Geh. Verrückt dann. Nee. Hier ist die Welle. Oh, cheap! Great toad! Where is the? The whoops in the tower! Toad! I don't know! 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 Toad! There's a gun! There's a gun! There's a gun! I need the Muniz! No, there's a gun! I don't know! I don't know! This... Oh! Oh! Der Silteming ist wohl nicht hasse eines. Es wird aber durch das Engraben den Schuss gestocht stattgefunden. Fistig. Aber wie sie merken, die Gegner verlieren keine. Bobbomb, was? Oder?